Dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D wichtig für gesundes Wachstum von Zähnen und Knochen ist, darf mittlerweile als bekannt vorausgesetzt werden. Dies gilt im Besonderen für Kinder. Ein ausreichend hoher Vitamin D Blutspiegel kann Kinder auch vor Fettleibigkeit schützen. Dies wurde nun in zwei Studien dokumentiert. Die erste Untersuchung wurde im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism veröffentlicht und von der Eastern University of Finland durchgeführt. Hier wurde bei 512 Kindern im Alter zwischen 6 und 8 Jahren sowohl die Vitamin D Blutspiegel wie auch der Spiegel am Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin gemessen. Die Untersuchung konnte aufzeigen, dass Kinder mit einem Vitamin D Blutspiegel von mindestens 50 Nanomol pro Litern einen wesentlich geringeren Plasmaspiegel sowohl an Gesamt- wie auch an LDL-Cholesterin aufwiesen. Kinder mit einem geringeren Blutplasmaspiegel als 50 Nanomol pro Liter, also unter 20 Nanogramm pro Milliliter, tragen demnach ein höheres Risiko, adipös bzw. fettleibig zu werden. Die zweite Studie wurde von Dr. Christos Gianos und Prof. Evangelia Cermandari von der Universität Athen zusammen mit dem Agia Sophia Kinderhospital durchgeführt. Diese Studie wurde auf der 57. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Endokrinologie erstmals vorgestellt. In der Studie wurden 232 fettleibige Kinder und Jugendliche 12 Monate begleitet. 117 von ihnen erhielten Vitamin D nach den Richtlinien der Pädiatrischen Gesellschaft die anderen Placebo. Der Plasmaspiegel von Vitamin D, das Körperfett sowie verschiedene Blutmarker für Leberfunktion und Herzgesundheit wurden zu Beginn der Studie und nach 12 Monaten gemessen. Die 117 Kinder, welche Vitamin D erhielten, hatten nach 12 Monaten einen deutlich niedrigeren BMI, weniger Körperfett sowie ein deutlich besseres Cholesterinverhältnis. Sonne tanken und Bewegung an der frischen Luft ist also in mehrfacher Hinsicht von äußerster Wichtigkeit für Kinder und Heranwachsende. Kriegt man sie aber überhaupt nicht vom Computerspiel weg, sollte man zumindest auf eine ausreichende Vitamin D-Zufuhr achten. Kapitel 4